Sie laufen gern, aber schon nach kurzer Zeit Schmerz Ihr Kniegelenk? Häufig steckt hinter diesem quälenden Schmerz ein sogenanntes Läuferknie. Was das ist und was Sie selbst dagegen tun können, erfahren Sie hier. Hallo, ich bin Stefan Preiß. Laufen ist nicht nur die natürlichste Form, uns fortzubewegen. Laufen hält uns vor allem auch fit und das an frischer Luft und eigentlich auch bei jedem Wetter. Wenn Sie Läufer sind, Ihr Kniegelenk aber bereits nach ein oder zwei Kilometern schmerzt, der Schmerz auf der Außenseite mehr und mehr zunimmt, schließlich bohren und quälen wird, steckt häufig ein sogenanntes Läuferknie bzw. Runner's Knee oder wie wir Mediziner es nennen, ein Traktosyndrom dahinter. Aber was bedeutet Läuferknie und wie kommt es dazu? Beim Läuferknie handelt es sich letztendlich um einen Reizzustand einer Sehne auf der Außenseite unseres Kniegelenkes. Ursächlich ist meist eine Überlastung. Kritisch betrachtet ist Laufen gerade, wenn Sie längere Strecken laufen, verglichen mit Sportarten wie Tennis und Fußball, eine sehr einseitige Belastung. Wir machen immer wieder eine mehr oder minder gleichförmige Bewegung. Bei jedem Schritt gleitet dabei eine Sehne, eine Sehnenplatte, der sogenannte Traktus Iliotibialis, über den prominenten Außenrand des Kniegelenkes und das auf langer Strecke tausendfach. Besagte Sehnenplatte verläuft von der Hüfte über die Außenseite des Oberschenkels und des Kniegelenkes bis zur Außenseite des Schienbeinkopfes. Sie stabilisiert unser Becken, damit es nicht zur Seite abkippt, wenn wir auf einem Bein stehen bzw. beim Joggen darauf landen. Kommt es durch zu intensives Laufen bzw. eine schlechte Lauftechnik zu einer Überlastung, wird diese Sehnenplatte gereizt und das bedeutet Schmerzen. Das Ganze wird verstärkt, wenn unsere Muskulatur im Hüftbereich verkürzt ist. Da gleitet nämlich diese Sehnenplatte der Traktus mit erhöhter Spannung über diese Außenseite des Kniegelenkes und das verschlimmert diesen Reizzustand. Eine Neigung zum Runner's Knee besteht übrigens dann, wenn Sie O-Beine haben oder Ihre Fußgewölbe nicht ideal sind. Und das umso mehr, wenn Sie nicht den für Sie persönlich idealen Laufschuh tragen. Um nicht lange auszufallen oder gar ein chronisches Problem zu bekommen, sollten Sie frühzeitig gegensteuern. Auch wenn es schwerfällt, Sie müssen, soweit Sie das wegen der Schmerzen nicht sowieso schon gemacht haben, zunächst Ihr Laufpensum reduzieren. In der akuten Phase, das heißt unmittelbar nachdem die Knieschmerzen beim Laufen aufgetreten sind, sollten Sie den schmerzhaften Bereich mit einem Coldpack und einem entzündungshemmenden Gel wie zum Beispiel Diclofenac oder Ibuprofen behandeln. Entscheidend ist jedoch, die eigentliche Ursache Ihres Läuferknies zu behandeln. Dazu müssen Sie Ihre verkürzte Muskulatur, insbesondere auf der Hüftaußenseite, intensiv und regelmäßig dehnen. Mit welchen einfachen Übungen Sie das sehr gut selbst machen können, zeige ich Ihnen hier. Zunächst eine Übung im Liegen. Sie liegen entspannt auf dem Rücken. Die Arme beidseits weit ausgestreckt. Beugen Sie Ihr rechtes Knie und stellen Sie dann Ihren rechten Fuß über Ihr linkes Kniegelenk. Dann legen Sie Ihre linke Hand auf Ihr rechtes Knie und schieben es langsam nach links Richtung Boden. Sie spüren dabei eine sanfte Dehnung auf der Außenseite Ihrer rechten Hüfte. Diese Dehnung können Sie verstärken, indem Sie Ihren Kopf nach rechts drehen und zu Ihrer rechten Hand schauen. Und wenn Sie noch ein bisschen mehr wollen, verstärken Sie vorsichtig den Zug am Knie mit Ihrer linken Hand. Diese Position halten Sie für etwa 20 bis 30 Sekunden. Dann lockern, lösen, kurze Pause. Und das wiederholen Sie dann drei bis vier Mal. Sie sollten diese kleine Dehnungseinheit für beide Seiten machen. Und das Ganze nach Möglichkeit drei bis vier Mal täglich. Ganz ähnlich können Sie Ihre verkürzte Hüftmuskulatur übrigens im Sitzen dehnen. Also quasi als einfache Übung für zwischendurch, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Sie sitzen aufrecht auf einem Stuhl. Schlagen das rechte Bein über das linke. Greifen mit Ihrer linken Hand an die Außenseite Ihres rechten Knies und ziehen es nach links. Sie spüren dabei eine sanfte Dehnung auf der Außenseite Ihrer rechten Hüfte. Wenn Sie etwas mehr wollen, drehen Sie Ihren Oberkörper vorsichtig nach rechts und blicken dabei über Ihre rechte Schulter nach hinten. Die Regeln bleiben die gleichen. 20 bis 30 Sekunden halten. Lockern, lösen. Kurze Pause. Drei bis vier Wiederholungen. Und diese kleine Dehnungseinheit, sie dauert nur zwei Minuten, über den Tag verteilt, drei bis vier Mal durchführen. Regelmäßig und konsequent durchgeführt bilden diese ganz einfachen Dehnungsübungen die Basis, um Ihre Beschwerden möglichst rasch loszuwerden. Ideal ist natürlich, das selbstständige Dehnungsprogramm durch eine gezielte Physiotherapie zu unterstützen. Daneben ist es ganz wichtig, die Regeneration, die Selbstheilung der gestressten Sehne zu unterstützen. Eine einfach, aber sehr effiziente Möglichkeit ist die sogenannte Eis-Lolli-Behandlung. Zunächst zur Herstellung des Eis-Lollis. Sie nehmen sich einen Becher, am besten einen Plastikbecher, geben Wasser rein und stecken einen Löffel oder Stift hinein. Das stellen Sie dann ins Eisfach. Wenn das Ganze gefroren ist, nehmen Sie den Eis-Lolli aus dem Becher. Als kleiner Tipp, das geht einfacher, wenn Sie den Becher vorher kurz unter heißes Wasser halten. Mit diesem Eis-Lolli reiben Sie dann den schmerzhaften Bereich großflächig mit kreisenden Bewegungen ab. Das Abreiben mit kreisenden Bewegungen ist ganz besonders wichtig, damit es nicht zu Erfrierungen kommt. Am besten legen Sie sich dabei ein Handtuch unter. Das machen Sie für ca. 10 bis 15 Minuten. Sie werden merken, dass das Gewebe, das zunächst eiskalt und blass war, nachher gerötet und gut durchblutet ist. Zusätzlich sollten Sie unbedingt Ihre Laufschuhe checken lassen. Lassen Sie sich professionell beraten, was für Sie persönlich der ideale Laufschuh ist und lassen sich erforderlichenfalls spezielle Einlagen machen. Ja, und dann steigen Sie wieder langsam ein ins Training. Natürlich erst einmal mit einer kleinen Runde. Und regelmäßiges Stretching sollte ab jetzt jedes Mal dazugehören. Bessern Sie Ihre Beschwerden nicht, sollten Sie das professionell behandeln lassen. Mehr dazu finden Sie hier auf unserem Kanal. Und damit Sie immer gut informiert sind, abonnieren Sie ihn am besten direkt. Oder vereinbaren Sie einen Termin hier bei uns in der Klinik am Ring. Bleiben Sie fit, Ihr Stefan Preiß.